Heute im Retro-Club schauen wir uns an, ob sich Nintendo 64-Spiele auf der Switch vernünftig spielen lassen und sich der Kauf des Erweiterungspakets lohnt. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer hier auf Rocket Beans TV. Ich darf Herr Gregor sein, ihr wisst es ja, hoffentlich, wenn ihr schon mal die eine oder andere Folge gesehen habt. Und damit ich euch mal wieder schöne Retro-Gaming-Unterhaltung für ungefähr eine Stunde bieten kann, da seht ihr es, followt gerne auf Social Media für coole Postings, falls ich irgendwo meins mache. Solange könnt ihr euch aber auch bei uns im Merch-Shop umschauen, denn wir haben ein wunderbares Retro-Club-Merch, unter anderem diese schönen Shirts und Hoodies und so weiter und so fort. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung für euch drin. Und nicht vergessen, ich bin gerade dabei, das neueste Retro-Club-Buch zu finalisieren, die große Bucketlist des Gaming-100-Wiedespieler, die man in seinem Leben gespielt haben muss, ab Ende Juni 2024 erhältlich. Ich bin, wie gesagt, so in den letzten Zügen dabei, es zu finalisieren. Hoffentlich bin ich dann irgendwann so fertig damit, dass ihr alle zufrieden sein werdet und ich auch. Und dass wir uns umso mehr dann den aktuellen Inhalten widmen können. Aber ich hab mir sagen lassen, dass es ganz gut wird, aber ich bin da auch befangen. Das geb ich in dem Maße nochmal zu. Also, wir haben's erwähnt, Nintendo 64 ist heute das Thema und das, was ihr hier seht, ist kein normaler Nintendo 64 Controller. Er sieht zwar danach aus, aber wenn ich ihn mal umdrehe, hä? Der Slot ist ja gar nicht da, ist ja einfach nur so Plastik hier drin. Was ihr hier seht, ist der Nintendo 64 Nintendo Switch Controller. Das ist ein separater Controller, der für die Switch von Nintendo gemacht wurde. Unter anderem, natürlich hauptsächlich, aber ich denke, man kann ihn auch für andere Sachen benutzen, weil der gemappt ist auf die Switch-Sachen, um die Nintendo 64 Spiele auf der Switch zocken zu können. Und wir hatten uns vor ein paar Monaten unter anderem im Jugendzimmer mit dem Nintendo 64 beschäftigt. Ich hatte im Retro-Club noch ein bisschen was dazu gemacht. Und ich wollte mir aber bei Gelegenheit mal anschauen, weil ich hab noch ein bisschen Zeit auf meinem Erweiterungspaket drauf, wo ich dann über die Nintendo 64 Spiele verfüge und den Controller jetzt hier auch gerade. Wie gut funktioniert das eigentlich alles? Wie gut ist die Emulation darauf geworden? Was für Spiele sind erhältlich? Lohnt es sich, überhaupt nochmal dieses extra teure Erweiterungspaket zu holen? Und ja, das werden wir heute alles einmal durchtesten und uns anschauen. Bevor wir auf den Controller konkret eingehen, wir können mal kurz auf das Ingame schalten. Was ihr hier seht, ist das Nintendo Erweiterungspaket-Menü. Ihr habt hier die Möglichkeit, unterschiedliche Abos bei der Nintendo Switch abzuschließen, wenn wir hier kurz auf die Mitgliedschaftsoptionen gehen. Wenn ihr online spielen wollt auf der Switch, da gibt es ja das normale Nintendo Switch Online, wie sie es genannt haben. Man denkt, okay, verglichen mit anderen Services wie Game Pass oder Playstation Plus oder sowas, ist ja vergleichsweise günstig, wenn man 3,99 für den Monat ausgibt. Allerdings bei den anderen Services sind auch Spiele als Download mit dabei. Und hier hat man sich im Großen und Ganzen eigentlich, hier holt man sich eher die Online-Fähigkeiten dazu. Da konnte man sich auch dann Jahresabos abschließen oder Familienabos, wenn man viele Leute dann online hat, die Mario Kart miteinander spielen wollen. Nintendo hat irgendwann auch mal weitere Inhalte dazu getan. Und das sieht ihr dann auf der unteren Seite. Das ist das sogenannte Nintendo Switch Online Erweiterungspaket, das man sich in einem Jahresabo holen kann. Und das kostet dann aber gleich das Doppelte, verglichen mit den zwölf Monaten des Standards Nintendo Switch Online. Für 39,99, das habe ich auch vor knapp einem Jahr gemacht. Ich musste mir jetzt nicht den Familienaccount für 66,79, dann holen wir acht Nintendo-Accounts. Was für Rabatte man da kriegt von Nintendo. Das ist ja auch ganz krass. Was ihr damit haben könnt, muss mal kurz gucken, wo man sich die Erweiterungsoptionen angucken kann. Hier, ja. Also hier könnt ihr anschauen, was ihr mit dem Erweiterungspaket bekommt. Wenn ihr euch das holt, dann gibt es unter anderem die Möglichkeit, die Nintendo 64-Spiele quasi zum Downloaden, zum Spielen und sowas sich dann zu holen. Ihr könnt Game Boy Advance Games daraus spielen. Die sind normalerweise nicht einzeln zu kaufen, sondern wirklich nur in diesem Erweiterungspaket drin. Ihr habt das vielleicht mit diesem Booster-Streckenpass schon mal gehört, dass Mario Kart 8 Deluxe noch etliche neue Strecken hat. Splatoon-Updates, Megadrive-Spiele sind mit dabei. Als Retro-Fan natürlich ganz interessant, dass man hier diese weiteren Games hier so zocken kann. Aber dass es dann noch mal so viel extra kostet, damit man es sich dann holt, ist natürlich ein bisschen ... Ja, man muss schon überlegen, ob man diese Ausgabe nur wegen der Retro-Games machen will, wenn man auf die anderen Sachen nicht steht. Wenn wir hier auf die Details mal draufschauen, zeigt uns das hier auch an. Okay. Übrigens, müsst ihr aufpassen, Gewalt- und Glücksspielthematik. Ab 16 die Spiele, die da teilweise drin sind. Ich denke mal, das gilt. Also die haben sich das Spiel rausgesucht, dass Gewalt- und Glücksspielthematik drin hat. Deshalb haben wir diese ab 16 freie Gabe. Aber natürlich sind da auch Spiele drin, die frei sind ab 0 Jahren für alle dann erhältlich. Wir starten mal kurz die Software und gehen dann einmal rein. Und ja, das ist das Menü, was hier gegebenenfalls auch schon von den anderen Retro-Collections da seht. Ihr seht teilweise hier, wenn ich hier durchgehe, manche Spiele sind doppelt, dreifach oder wie im Fall von Pokémon Stadium viermal hier drin vorhanden. Das liegt daran, die Spiele, die hier veröffentlicht werden in der Nintendo Switch Online, sind in verschiedenen Länderversionen vorhanden. Ihr kennt es hier zum Beispiel bei Pilotwings 64. Wenn ihr dieses Vollbild-Cover habt mit dem roten Rand und dem Nintendo-Logo oben, dann handelt es sich um eine US-Version. Die US-Spiele wurden in diesen Verpackungen veröffentlicht. Aber hier unten als Kontrast Pilotwings in der europäischen Fassung steht da unten auch nochmal mit dran. Die hatten ja diesen klassischen schwarzen Rand drumherum und in der Mitte. Das Cover kann man ganz gut unterscheiden, in manchen Sachen auch vom Unterschied her aus Star Fox 64 in Amerika rausgekommen. Aber in Europa hieß es Lylat Wars, weil wir auch noch die große Verpackung mit dem Rumble Pack und anderen Sachen haben. Ich glaube, da gab es, weil es noch diese rechte Schwierigkeiten mit dem Namen gab, da gab es irgendwie so ein anderes Franchise, was Star Fox hieß. Deshalb wurden die Spiele früher umbenannt in Starwing und Lylat Wars, als es soweit war. Das erklärt die Diskrepanz in den Spielen hier. Manche Games, die gibt es nicht in mehreren Länderversionen. Also, hier gab es eins, was zum Beispiel nicht als US-Version mit dabei war. Oder, guck mal, Paper Mario sehen wir hier. Ah doch, das deutsche Paper Mario ist auch noch drin. Okay, weil für die deutschen Texte ist es wichtig. Das ist auch einer der Unterschiede. Wir werden beim Sparspielen darauf eingehen, warum ist es überhaupt sinnvoll, hier auch nochmal europäische Versionen zu haben. Weil eigentlich, wenn man ein Spiel dann hat, reicht es nicht. Man kann verschiedene Sortieroptionen sich hier im Menü dann einstellen. Also, ich habe das jetzt hier nach Erscheinungsjahr mal gemacht, weil es für mich am sinnvollsten ist, wenn man auf personalisierte Reihenfolge stellt. Dann kann man selber seine Reihenfolge, glaube ich, dann so einstellen. Wobei, für mich war es jetzt hier, wie es so eingerechnet ist, das Release-Datum der Spiele, wie sie hier auf dem Service erschienen sind. Zuletzt gespielt kann man sehen, welche man dann zuletzt dann ausprobiert hat. Und nach Gesamtspielzeit kann man natürlich aussortieren. Also, schön, dass diese Sachen hier so gemacht wurden. Ich lasse es mal nochmal nach Erscheinungsjahr. Gehen wir wieder zurück hier. Und ihr könnt das nochmal weiter limitieren. Ihr könnt bei jedem Spiel hier mit der Taste nach oben euch mal ein paar weitere Infos holen, die dann zeigt, okay, wie lange hat man das Spiel gespielt. Eine kleine Info darüber. Die sind für die Länderversionen gleich. Ich habe hier zum Beispiel nur mal die europäische Fassung kurz mal angemacht von Pirate Wings 64. Weil ich hauptsächlich die US-Fassung gespielt habe. Also, wenn ihr die Spiele nicht kennt, könnt ihr euch Infos dazu holen. Und ihr könnt ein paar Settings hier machen. Gemeinsam spielen. Wenn wir natürlich mehrere Controller jetzt hier angeschlossen hätten. Manche der Games haben natürlich bis zu vier Spieler, die supported werden. Ich habe jetzt hier nur einen Controller dran. Wir werden also alleine spielen. Man könnte aber auch Online-Partien machen. Leider ist es hier so, wenn ich das mache, ist es nicht, dass man irgendwie mit random Leuten zusammenspielen kann, wo ich sage, hey, einer hostet gerade eine Multiplayer-Partie Goldeneye. Lass mich da mal reingehen. Sondern es müssen tatsächlich Leute in eurer Freundesliste sein. Jetzt sind leider gar keine Leute hier aktiv. Die N64 spielen jetzt, wo ich es aufnehme, damit wir in irgendein Match rein können. Und man könnte die Nintendo Switch Online-Smartphone-App benutzen, um Voice-Chat zu haben. Das haben sie ja auch hier irgendwo mal gemacht. Wir können diese europäischen Versionen ausblenden, wenn wir wollen. Wir können zum Beispiel nur die US-Version haben. Also wenn ihr nur eine Version von dem Spiel haben wollt und euch deutsche Texte und andere Sachen nicht wichtig sind. Das macht es ein bisschen übersichtlicher. So haben wir bisher auch einen besseren Überblick, wie viele Spiele auf dem Service hier rausgekommen sind. Es sind schon einige. Das Neueste, was wir hier haben, zumindest von der Jahreszahl her, ist Mario Party 3. Das Älteste ist 1996 mit Pilotwings und Mario 64. Ich würde für unsere Zwecke aber beide Versionen drin haben. Den Controller, da werden wir gleich drauf eingehen. Der hat tatsächlich eine Rumble-Funktion. Ihr könntet natürlich auch den Standard wie, besser gesagt, Nintendo Switch Pro Controller, glaube ich, heißt der, verwenden. Da müsst ihr nicht quasi hier mit dem Original hier originalartigen Gerät machen. Aber ihr könnt da auch im Menü die Rumble-Funktion natürlich auch für den hier aktivieren und deaktivieren. Aber, ich weiß nicht, kann man es hören, kann man es wahrscheinlich nicht. Ich mache es mal. Ah, vielleicht so ein bisschen, weil es klackert. Der Controller hat tatsächlich auch Rumble eingebaut. Also, ihr müsst nicht ein extra Rumble-Pack anstecken, wie es auf dem Nintendo 64 gewesen ist. Diese ganzen Konsolen bringen mich durcheinander. Und Steuerung im Spiel anzeigen. Ihr hättet noch so eine kleine Leiste unten in den Spielen, die ihr euch dann anzeigt, wie die Steuerung dann konkret funktioniert. Wir gehen mal in eins der Spiele rein und wir werden die ganze Zeit hier in 16 zu 9 bleiben, weil wir werden sehr oft mit den Menüs hier und da wechseln. Das würde natürlich Sinn ergeben, dass man bei dem 4 zu 3 Bild, was man hier hat, dann entsprechend dann höher einstellt. Eine Sache, die mir immer missfällt bei den Nintendo-Geschichten hier. Die Spiele sind alle 4 zu 3. Aber wenn ihr seht, es sind keine komplett schwarzen Ränder, die man an den Seiten hat, sondern es ist so eine Art grauer Übergang, inklusive der Anzeige, welcher Spieler ist gerade aktiv. Das kann man leider nicht abschalten in der Richtung. Aber kann ich mal in die Nase ziehen? Das würde ich natürlich auch machen. Warte, gehen wir mal das Mützchen hoch. Oh, oh, oh. Oh, die Kraft ist N64. Und drehen kann ich ihn auch. Guck mal, ich ziehe dir ein Möhrchen. Ich gucke mal lieber die Möhrchen an das Möhrchen. Ich kann die innehalten, sobald wir das einmal hier haben. Wie ihr auch guckt hier mit dem Teil. Aber ihr könnt diesen Trauerrand leider nicht abschalten. Das Ding ist auch, dass wir, wir gehen einmal kurz hier ins Spiel rein. Ich habe ein Save hier. Moment, machen wir das Menü mal an. Denn ihr habt die Möglichkeit, Quick Save zu machen. Also Speicherpunkte erstellen für jedes Spiel einige sogar. Das Spiel zurücksetzen, Reset und alles. Alles klar, aber ich lade mal kurz den Quick Save. Und ihr werdet dann direkt ins Spiel reingeworfen. Da müssen wir also nicht mehr durch die Menüs durch. Da kann ich mal hier reingehen. Die Spiele selber, wie gesagt, ihr habt den Trauerrand drumherum. Ihr habt leider nicht besonders viele Einstellmöglichkeiten in den Spielen. Ihr könnt nicht verschiedene Grafikoptionen auswählen. Keine Filter, die drüber gelegt werden können. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich möchte das irgendwie nochmal so gefiltert haben in der Richtung, dass irgendwie die Kanten nochmal abgeschliffen werden oder so. Nein. Ihr habt nur diese eine Bildausgabe, wie sie hier ist, die auch eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Also ich werde gleich mal ein bisschen so auf die technischen Begebenheiten der Emulation hier eingehen. Aber im Großen und Ganzen, die haben sich zumindest abgesehen vom Trauerrand an der Seite, den ich persönlich wirklich also gerne abschalten würde. Insbesondere, wenn man auf OLED-Fernsehern spielt und dort immer das Risiko hat, dass sich vielleicht so statische Elemente einbrennen, wenn die lange Zeit dann so stehen. Würde ich gerne dann ausmachen. Ansonsten aber habt ihr ein relativ sauberes Bild. Und jetzt müssen wir erstmal... Ich versuche mal vorsichtig drüber zu laufen. Alles klar, Mario, du hast es geschafft. Du bist der Beste. Ich glaube, den Rest können wir gleich abkürzen hier, weil wir sind ja ganz cool. Wir machen nämlich gleich mal den Rückwärtssprung. Und... Na komm. Mario? Boah, schaut es euch an, wie cool ich das gemacht habe. König Bobomb, lass mich dich einmal hier runterwerfen. Ähm, da es die US-Version ist übrigens, seht ihr auch die englischen Texte, die hier drin sind. Ich werde zum Unterschied auch gleich mal die PAL-Version anmachen. Ey, eine Sache, die man hier echt gut erkennen kann. Achtet mal auf Mario jetzt, auf Marios Figur jetzt an der Seite. Seht ihr, was für ein simpleres Polygon-Modell da ist, wenn ich mit ihm herumlaufe? Ähm, das kann man jetzt hier, glaube ich, in der höheren Auflösung besser erkennen. Denn erst, wenn ich in der Nähe bin oder stehen bleibe, ist das aufwendiger herum. Oder wenn ich weiter weg bin, ist so ein Low-Poly-Dreiecksgesicht. Da ist mir auch sehr selten aufgefallen. Warte mal, ich muss um ihn herumlaufen und, ähm, greifen. Ach nee, ich darf ihn nicht runterwerfen ganz. Ich muss ihn so dann runterschmeißen und sage, wirf den König doch nicht vom Berg. Das ist doch komplett ungeil, was du hier machst. Äh, ja, ihr habt leider nicht besonders viele Darstellungsmöglichkeiten. Was ich schade finde in der Hinsicht, nicht nur wegen des Randes, sondern auch, ähm, wie die Spiele hier dargestellt werden. Ich musste noch mal checken, mit welcher Auflösung läuft das eigentlich hier auf der Nintendo Switch. Äh, weil normalerweise Nintendo 64-Spiele, die sind ja in SD-Auflösungen gelaufen. Meist so in Richtung, boah, 320 mal 240 oder so was müsste es gewesen sein. Maximal, wie es auf früheren Fernsehern dann dargestellt wurde. Und, äh, je nach System oder, äh, es hatten wir zum Beispiel auch bei der Nintendo Wii schon, wo es Nintendo 64-Spiele zum Download gab. Es gab so manche der Games, die wurden mit einer ein bisschen höheren Auflösung gezeigt. So, 46 mal 480, sodass die Kanten ein bisschen glatter gewirkt haben. Ihr seht es hier. Es scheint so, ich hab noch mal im Internet geschaut, weil ich hab jetzt keinen Auflösungszähler drin. Ich hab zwar 1080p als Videoausgabe eingestellt, aber das muss ja nicht besonders viel heißen. Äh, gehen wir mal in eine andere Stage rein. Ähm, die Spiele scheint hier mit 720p zu laufen in dem Emulator hier. Das heißt also, die werden wohl auch, und ich denk mal, das scheint zumindest so zu sein, weil wenn man sich die Diskrepanz anguckt zwischen den Polygon-Modellen, die nicht besonders, also sehen natürlich kantig aus, weil die im Original schon so gewesen sind. Aber ihr seht jetzt nicht diese Sägezahnkanten oder, ähm, es sieht eher aus wie saubere Kanten, die wir hier haben an Marius Mütze. Kann ich nicht mal eindrehen? Mit der Kamera war es hier auch so ein bisschen knifflig, aber ihr seht, was ich meine. Oder an der Treppe können wir es zum Beispiel sehen. Es sind schon relativ scharfe Übergänge. Das bedeutet also, das Originalspiel wird mit einer um einiges höheren Auflösung gerendert, was in diesem Fall wohl dann eben diese 720p sind. Ähm, für aktuell ist das vollkommen in Ordnung eigentlich, weil zum Beispiel, wenn ihr 4K-Fernseher habt, da könnt ihr 720p-Auflösung tatsächlich mit einer Ganzzahl skalieren, sodass da nicht unschöne Artefakte entstehen für, ähm, die technikaffinen Leute unter uns, denen solche Sachen wichtig sind. Ah, vorsichtig. Sollen wir mal dann aufpassen, dass ich auch nicht schlecht spiele dabei. Aber wir sehen so ein paar Sachen. Ihr seht hier auch zum Beispiel so ein paar Nähte, die nochmal deutlicher sichtbar sind hier an den Treppen, wenn man hier hochgeht. Und die Texturen selber wurden natürlich auch nur relativ dumpf hochskaliert. Das heißt, es sieht dann auch vergleichsweise nochmal verwaschen aus. Und dann habt ihr so einen Kontrast bei dem Spiel. So die grafischen Elemente, die man nicht auf... Das hab ich nicht gut gemacht. Aber dafür die rote Münze geholt. Immerhin. Ähm, ein paar grafische Elemente, die nicht so vernünftig hintereinander greifen. Die Texturen sehen dann entsprechend umso matschiger aus, wenn das drumherum dann schärfer in den 720p dann dargestellt wird. Und auch so 2D-Elemente bei den Menüs zum Beispiel oben, die, ähm, so, äh, Zahlen für die Münzen und die Extraleben und so weiter, die man geholt hat. Da hat's echt geholfen, wenn man vielleicht nochmal einen Zusatzfilter hätte reintun können oder irgendwas mit der internen Auflösung, das hier nicht so ganz hoch ist. So ein paar weitere Optionen, weil so kann's doch eine einigermaßen große Diskrepanz geben und, ähm, es fühlt sich nicht mehr so ganz aus einem Guss an. Äh, es kann sehr gut sein. Ich hab das jetzt hauptsächlich am Fernseher ausprobiert, wenn man es im Handheld-Modus spielt. Dass, äh, es da ein bisschen, ja, kaschiert wird, sagen wir mal, durch den kleineren Bildschirm. So. Oh, vorsichtig, Mario. Mach das mal vernünftig. Muss mir echt wieder mal an so einen neuen N64-Controller gewöhnen, merk ich gerade. Weil, ähm, Ich hab N64-Spiele in den letzten Jahren meist mit anderen Controllern gespielt, aber dass ich richtig mit dem N64-Controller gespielt habe, der noch nicht komplett ausgeleiert ist, das fühlt sich echt ungewohnt an. Weil der ist natürlich jetzt hier noch brandneu, äh, fühlt sich dafür aber originalgetreu an. Und, ähm, äh, da muss ich erst mal wieder mit den anderen Wegen des Analogsticks zurechtkommen. Und deshalb bin ich noch ganz froh, dass ich jetzt die Steuerung jetzt nicht so schlecht hier, ähm, meistern kann. Sag ich gerade. Und ich fall hier die ganze Zeit runter. Komm, bleib mal stehen, Mario, wollen mal hoch den Aufzug hier. Äh, aber ja, oder auch bei solchen großen Gegnern wie hier, ihr seht schon, wie Wischiwaschi manche von den Texturen aussehen. Ich hätte nicht dann erwartet, dass du hier, ähm, ein komplettes grafisches Update bekommst. Okay, Speedrun-Tricks hab ich jetzt nicht so wohl. Warte mal, ich kann hier durchlaufen. Und dann mach ich den hier. Immer schön auf den Rücken drauf. So, gib mir noch mal ein. Ich lauf noch mal durch. Noch mal auf deinen Rücken. Mit dabei. Also, grafische Darstellung hätte gerne mal ein paar mehr Optionen sein können. So, wie es ist, ist schon in Ordnung, aber vielleicht doch ein bisschen zu clean insgesamt und zu abgetrennt voneinander. Ein Scanline-Filter hätte ganz gut geholfen. Ähm, wenn wir hier bei dem Controller gewesen sind, also, es ging nach ein bisschen Eingewöhnung wieder, ähm, dass ich mit dem Analogstick jetzt hier so zurechtkomme. Grundsätzlich, das Pad, und, äh, wir können mal kurz auf die close Kamera hier schalten, dann kann ich das noch mal ein bisschen detaillierter zeigen. Äh, ich hab mir noch mal ein Original N64-Pad hier mit dazu geholt. Und, dass wir die Unterschiede mal hier sehen können. Ähm, das ist schon natürlich ein bisschen älter. Ich hab auch den Unterschied gemerkt, also, der Stick hier, der ist zum Glück, der ist noch einigermaßen fest. Der ist noch nicht so ganz, danke sehr, der ist noch nicht so ganz ausgeleitet. Der hat noch einigermaßen Zug, aber das ist natürlich kein Vergleich hier mit dem brandneuen Stick. Der wirklich auch, der quietscht nicht. Der hat guten Zug, mit dem kann man vernünftig hier noch so in die Ecken dann packen. Ansonsten sind die ziemlich baugleich. Das hat Nintendo ja wirklich schon bei den Neu-Controller-Bauten eigentlich ganz gut gemacht. Dass die von den Hörnchen hier, wie das alles so in die Hand geht, ähm, Steuerkreuz und andere Sachen fühlen sich gut an. Button-Placement und so. Die Unterschiede sind natürlich gerade, äh, primär im oberen Bereich. Ihr seht hier, das originale N64-Pad hat natürlich das Kabel, das neue braucht das Kabel nicht. Man geht ja mit Bluetooth dann hier ran. Und der Slot, wo das Rumble-Pack und das Erweiterungspack für zum Speichern reinkommen würden, ist hier nicht, äh, vorhanden in dem neuen. Ansonsten aber ist das alles sehr originalgetreu umgesetzt. Ähm, wenn wir hier schauen, wie gesagt, hier ist einfach nur so eine Plastikschale. Rumble ist mit, äh, verbaut innerhalb der Controller. Hier oben haben wir aber ein paar zusätzliche Buttons. Ähm, es ist so gemappt von den Spielen her aus. Der Z-Button ist natürlich der wichtige gewesen, den man als Trigger benutzt hat. Der hat hier die Funktion, hier steht zwar auch Z drauf, aber, ähm, bei den normalen Pads würdest du, wenn du ein, ähm, Pro-Pad benutzt, ZL, also L2 drücken, um den Trigger zu verwenden. Weil so die linke Hand am Analogstick und den Trigger, dann habt ihr ungefähr das Gefühl, der ist hier quasi auf den Z-Button gemappt. Es gibt hier einen zusätzlichen ZR-Button, ganz kleinen, hier drauf, ähm, den könnt ihr hier drücken. Der ist hier für das Menü gedacht. Äh, wenn ich das hier anmache, mach ich das Menü an in dem Emulator. Ihr habt hier noch den Home-Button, ist er das? Ja, genau. Das ist der Home-Button hier, ähm, damit ihr wieder in das Hauptmenü von der Switch zurückgehen könnt. Und den Screenshot-Button haben sie hier auch nochmal mit dabei für die Leute, die ihren Screenshots machen wollen. Als auch der Sync-Button hier, ähm, mit dem hier könnt ihr dann, ähm, den Controller an die Switch verknüpfen. Ihr seht hier auch die vier Lichter, die dann als Indikator da sind. Welcher Player bin ich hier gerade? Hier gerade als Player 1 mit dabei. Ansonsten aber, der Controller ist schon echt gut. Ich müsste mal gucken, den muss man sich über den Store dann holen, ob der aktuell noch erhältlich ist oder nicht. Weil den gab's eine Zeit lang mal und dann wieder nicht, weil der ausverkauft gewesen ist. Und ich muss schauen, was der Preis ist. Ich meine, es könnte rund um die 50 gewesen sein. Ich check das nachher nochmal, äh, in der Pause. Ähm, muss man schauen, ob das einem die Ausgabe wert ist. Jetzt, wo ich mit dem hier die Nintendo 64 Sachen gespielt habe, muss ich sagen, ich würd's ungern mit anderen Controllern wieder spielen, weil es ergibt, vollkommen sind diese Games hier, äh, entsprechend mit dem Controller zu sagen. Geben wir aufs Ingame? Dann nochmal rauf. Wir haben gerade Mario 64 in der US-Version ausprobiert. Und ich werd jetzt nicht zu lange hier reingehen, aber ich mach's einmal hier kurz an. Und, ähm, ich lass mal dann laufen. Der Grund, warum wir hier auch die europäischen Versionen drin haben. Wie gesagt, Länder-Version. Nicht alle Spiele hatten dann auch internationale Texte. Hier können wir zumindest die Sprache wählen und dann sagen, wir wollen's auf Deutsch haben. Das ist ganz praktisch. Einmal hier dabei. Aber hier hab ich natürlich noch nicht keine Saves. Leistung bedeutet übrigens, ähm, hier, glaub ich, nicht, dass man, äh, einen Leistungsmodus auswählt, sondern man kann sich hier angucken, äh, was man geleistet hat bisher im Spiel. Ich geh ja mal hier kurz drauf. Äh, und während das Intro hier läuft, kann ich euch ein bisschen was über die Unterschiede erzählen. Ich hab mir mal ein paar Vergleiche angeschaut. Es war ja so, die Unterschiede damals in TSC-Spiele in Japan und in den USA, die Spiele waren ja für diese Konsolen ausgerechnet. Und die Fernsehnorm, die ist ja ein bisschen anders gelaufen als in Deutschland. Mit, ähm, 60 Bildern pro Sekunde, ähm, das heißt also, äh, verglichen mit den 50 Bildern pro Sekunde, die wir hier in der europäischen Paarnorm gehabt haben, die dafür aber ein paar Zeilen mehr Auflösung hatte. Das hat oft darin resultiert, wenn die Spiele aus Japan und USA umgesetzt wurden, dass die zum Beispiel so ein paar unschöne Balken oben und unten hatten, manche dicker als andere Spiele, dass sie eine langsamere Spielgeschwindigkeit haben. Wenn die nicht angepasst gewesen sind, einfach diese in TSC-Spiele auf Paar laufen lassen, auf einmal hat man 17, schieß mich tot, Prozent langsamere Geschwindigkeit. Haben wir damals als Paar-Kiddies nicht wirklich gemerkt, aber wenn man sich die Originalspiele dann anguckt, ist es dann umso kniffliger geworden. Es war nicht immer grundsätzlich so, dass Paar-Spiele unbedingt langsamer gewesen sind und, ähm, mehr Balken gehabt haben, sondern, äh, manche der Hersteller, ähm, Nintendo unter anderem auch in gewissen Fällen haben sich darum gekümmert, äh, Anpassungen zu machen. Die haben das Bild dann wieder statt mit dem Balken dann intern hochgestreckt, damit man wieder die konkrete Aspect-Ratio hat, ähm, in manchen Fällen, dass die Spielgeschwindigkeit auch nochmal durch eine, also, sich höhere Taktung oder ein bisschen andere Programmierung angepasst werden kann, dass es sich nicht langsamer und rücklicher anfühlt. Ähm, ich hab das Gefühl hier, ähm, ich hab mir auch ein paar Vergleichsvideos angeguckt, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sehen, in welcher Fassung vor allem, ähm, wie hat sich das im Original geäußert, wie ist es jetzt hier mit dem Emulator, wie hat Nintendo nochmal dann hier darauf agiert. Es sieht auf den ersten Blick sehr gleichwertig aus zu der NTSC-Fassung, aber, ähm, äh, für mein Gefühl hier, es läuft schon ein klein bisschen langsamer, das deutsche Mare 64. Dass hier keine Anpassung passiert ist, innerhalb auch von dem Emulator oder von der Originalversion und so hat man so ein bisschen die Diskrepanz. Und ihr seht, es fühlt sich ein bisschen rücklicher, ein bisschen hakeliger ein. Das ist jetzt rein subjektiv gesagt, ähm, vielleicht kann es auch sein, dass ich mir das einbilde am Ende, aber es sieht doch schon so aus, ne? Und, und, ähm, in den meisten Fällen, wenn euch die deutsche Sprache nicht wichtig ist, würde ich auch eher zu den NTSC-Versionen greifen, die hier mit verbaut sind, bis auf eine bestimmte Ausnahme. Das werden wir auch nochmal gleich drauf eingehen. Äh, Mare 64 ist aber so ein Spiel, wo man das, ähm, entsprechend ganz gut vielleicht mal erblicken kann. Und anderswo gibt's nochmal deutlichere Unterschiede. Zurück zur Spieleauswahl. Ähm, Pilotwings ist zum Beispiel, ähm, war mein allererstes N64-Spiel, was ich damals gespielt habe. Und hier haben wir grad die NTSC-Version angemacht. Sehr interessant bei dem Spiel hier. Ähm, eins der wenigen, die auch nochmal verbessert worden sind hier in dem Emulator. Denn, ihr seht, 60 FPS oder nahe 60 FPS, die waren so nicht drin im, äh, Originalspiel. Ähm, es ist so, dass der Emulator hier, hier anscheinend vielleicht, weil, ich schätze mal, die, die, die Framerate, äh, des Spieles, ähm, nicht eine Einschränkung gehabt hat, sondern es hat einfach nur geruckelt auf dem N64, weil, äh, wir nehmen mal den Hanglider hier kurz. Es hat geruckelt auf dem N64 damals, weil die Konsole halt das einfach nicht besser konnte. Hier aber läuft's tatsächlich mit fast 60 Bildern pro Sekunde. Und das gibt dem Ganzen nochmal ein anderes Feeling, gerade wenn man so in diesem Flugspiel hier unterwegs ist. Ähm, auch in der NTSC-Version hat dieses Spiel leichte Balken hier. Ein Unterschied, den ihr gleich sehen werdet. Ähm, ich muss hier durch diese Ringe fliegen. Und achtet mal drauf, diese Ringe sind vollkommen, ähm, ja, ähm, runde Kreise, nennen wir's mal so. Ne? Ihr seht ja, das ist ein richtiger Kreis hier, wo ich durch die, ähm, Elemente hier so durchfliege. Und, äh, entsprechend ist es also die korrekte Aspect-Ratio, wie es aufgebaut ist. Auch der Radar, den ich oben rechts sehe, ist dann, äh, vernünftig aufgebaut. Und, äh, hier werden wir gleich einen Unterschied in der PAL-Version sehen, weil ich werd einmal kurz, mal gucken, vernünftig landen. Ah, zwei Zentimeter zu, zu weit hinten. Ich hätte fast, wie viel? 98 Punkte, wie viel krieg ich? 93! Ich hätt gern die 100 gehabt, dass ich die hier mitbekomme. Habt ihr euch gerade gemerkt, wie die Ringe gewesen sind? Wir gehen hier nämlich kurz mal auf die PAL-Version rüber. Und hier ist es so, zum Beispiel, ähm, Pilotwings, für mein Gefühl, in der PAL-Version, es läuft gleich schnell, wie die in TSC-Version. Aber anscheinend hat man intern noch mit der Aspect-Ratio so ein bisschen gestreckt. Die Balken sind auch ein klein bisschen, ja, ist es ein bisschen mehr Balken da unten? Ihr werdet's gleich an den Ringen sehen, wenn wir in die gleiche Mission hier reingehen. Ähm, die sind anscheinend ein bisschen ovaler, warum auch immer. Wir gehen hier kurz rein. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie so richtig enorm spielstörend ist, aber es fällt einem auf, dass alles ein bisschen gestreckter aussieht. Der Radar oben auf der rechten Seite ist immer noch kreisrund, ja? Also, da ist eigentlich alles so, wie man's kennt. Aber die internen grafischen Elemente, wenn man genau hinguckt, es wirkt alles ein bisschen schmaler und gedrängter. Hier. Und, also, mir kann niemand erzählen, dass das jetzt klassische Ringe sind. Das sind eindeutig ovale, wo man jetzt hier durchfliegt, ne? Und, ja, weiß nicht, ob das im Original dann auch so gewesen ist. Es ist lange Zeit her, dass ich die originale N64-Version dann, äh, gespielt habe. Ähm, vielleicht ist es eine Sache, dass man hier noch mal das Bild gestreckt hat, äh, damit es dann entsprechend besser ausschaut und man nicht so viel Balken hat. Da krieg ich das jetzt hin? Das sind doch 100. Das sind doch eindeutig 100 Punkte. Oder? Jawoll! Schaust du da, zeig mir die Zeit über, guck mal, wie geil ich gelandet bin. Also, da seht ihr zum Beispiel einen der Unterschiede. In jedem Spiel ist das alles so ein bisschen anders, äh, gelegt. Ähm, also, so was hab ich in der Form in keinem der anderen Spiele gesehen, dass wir gestreckte Ingame-Elemente haben. Aber so was ist unter anderem vorhanden. In den meisten Fällen, ihr müsstest mal dann schauen, so von den Vergleichen, die ich gemacht hab, ich geh hier kurz mal meine Liste durch, ein bisschen langsamer als das Original, ähm, als die NTSC-Version läuft, Mario 64, Wave Race und Zelda Ocarina of Time lief ein bisschen langsamer. Gefühlt gleich schnell waren solche Spiele wie Star Fox 64, Pilotwings oder auch Banjo-Kazooie, was wir hier einmal allen machen können. Und hier, das ist der eine Unterschied, den ich nochmal ansprechen wollte. Banjo-Kazooie ist eh ein Spiel, was in Europa entstanden ist, bei Rare damals. Und da, als Ausnahme natürlich, ne, weil die meisten Spiele in Japan und in den USA dann rausgekommen sind, allerdings hier war quasi, die, waren die Palkonsolen, die Lead-Plattformen, für diese wurde das hauptsächlich entwickelt. Und da waren erst die NTSC-Version, die Adaption. Ähm, das bedeutet also, das Spiel läuft hier mit der angedachten Geschwindigkeit. Ja, das wird die Geschwindigkeit, in der Banjo-Kazooie damals laufen sollte. Ähm, und, äh, die NTSC-Version musste dann gegebenenfalls eingebremst werden, damit die vielleicht nicht zu schnell ist, aber da hat man sich dann darum gekümmert. Es ist hier also nicht so, dass es da eine Diskrepanz gibt, falls die NTSC-Version in dem Fall schneller laufen würde. Es ist ein Programmierfehler bei der NTSC-Version. Das hatten ja auch einige Spiele. Ich meine, was war's? Back to the Future 3 auf dem Sega Mega Drive. Da war die NTSC-Version so schnell, weil es ein europäisches Spiel war, dass es quasi unspielbar wurde und dass man es nicht mal ablaufen lassen konnte. Ähm, hier bei Banjo-Kazooie könnt ihr, glaub ich, aber ruhigen Gewissens dann, ähm, die PAL-Version nehmen, weil das ja auch die Originalfassung ist. Ansonsten könnt ihr immer schauen, welches ihr euch dann genehmigen wollt. Ja, von den Spielen her aus, ich hab mal bei ein paar angemacht. Also, wir gucken uns vor der Werbung noch mal ein paar Nintendo-Klassiker an und gehen dann auf die ein bisschen esoterischeren Games ein. Ähm, laden wir mal kurz den Spielstand, weil hier bin ich schon ... Wo bin ich hier gelandet? Bin ich schon im ... Bin ich schon im Dungeon hier dran? Ja, das ist schon ganz gut. Ich hatte ja schon gesagt, hier hatte ich nachgeschaut, die PAL-Versionen laufen ein bisschen langsamer. Ich kenn eigentlich nur ... Auf dem N64 hab ich die PAL-Version damals x-fach durchgespielt von Ocarina of Time. Ähm, natürlich mit den Einschränkungen. Aber mir ist nie aufgefallen, dass es jetzt hier so groß langsamer läuft. Das Spiel ist eh eins. Ich finde, das kaschiert es eigentlich auch ganz gut, ähm, weil man gewöhnt sich sehr fix da dran, ähm, dass es jetzt kein 60-FPS-Spiel, auch kein 30-FPS-Spiel ist, sondern eher ein 20-FPS-Spiel, was in der PAL-Version eher mit 17 FPS dann gelaufen ist. Tatsächlich. Also auch für heutige Zeiten würdest du wahrscheinlich sagen, holy shit, was geht hier ab? Was kann ich hier denn damit anstellen? Aber, ähm, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, geht's wieder einigermaßen. Und, äh, ansonsten kann ich mich hier bei, bei, äh, Ocarina auch wirklich, äh, will ich beschweren. Gerade mit dem, ähm, N64-Pad, wo ich dann eben auch wirklich wieder mit den, äh, gelben C-Buttons hier zum Beispiel meine ganzen Einstellungen machen kann. Das ist ja häufig so auf anderen Controllern, dass die C-Buttons, ähm, hier auf einen rechten Stick dann gemappt werden. Ja, also die Doppel-Analog-Sticks, da du eh traditionell weniger Knöpfe auf so einem Pad dann meist dann direkt drauf hast, sagt man sich, hey, das sind ja eh vier Richtungstasten, die ich hier, äh, verwende. Das heißt also, ähm, lass uns mal die vier C-Buttons, die auch Richtungen repräsentieren, dann, gehen wir hier mal runter, die vier Buttons, die das repräsentieren, lass mal das auf einen Analog-Stick packen. Aber das ist ein bisschen ungeil. Hier bei Zelda werden sie zum Beispiel benutzt, um Items zu wechseln. Und das dann durch eine Analog-Stick-Bewegung, durch einen Schwenk dann zu machen, finde ich so ein bisschen ungeil. Und ich merke einfach gerade hier bei sowas wie Ocarina of Time, oder, ah, ich wollte mich eigentlich verstecken davor. Komplett falsch gemacht. Jetzt laufe ich wieder rein. Ich wusste es. Ich hätte dem hinterherlaufen sollen. Hier in der Kiste habe ich natürlich schon längst mein Schwert hier so rausgeholt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, was wir auch bei anderen Spielen dann sehen werden. Das N64-Pad macht es hier nochmal tatsächlich authentischer. Und es hilft einem so, diese Diskrepanz im Kopf nochmal einfach wegzubekommen. Weil ich muss dann tatsächlich immer noch bei modernen Controllern umrechnen. Moment, C-Button rechts, ach ja, Analog-Stick in die Richtung schwenken. Und wie verteilt man sich die B- und A-Buttons nochmal? In den meisten Fällen, du hältst hier ja immer noch dann für die Analog-Stick-Spiele den mittleren Griff. Und nicht nach außen hier, wie du es mit dem Steuerkreuz hast. Da hast du ja genau diese Mittelgriff-Stellung. Die ist ja wirklich Nintendo 64-eigen. Manche Spiele bieten natürlich auch an, dass du mit der anderen Hand für Linkshänder das machen kannst. Oder dass du das auf dem Steuerkreuz hier lenkst. Aber normalerweise hast du nicht diese klassische Griffhaltung hier, sondern das eh über das hier so gelegt. Und es fühlt sich einfach gleich wieder natürlicher und besser und schöner an. Lass uns mal kurz in eine kleine Pause gehen. Und wenn wir gleich zurück sind, schauen wir uns ein paar der ungewöhnlicheren Spiele hier auf dem Nintendo-Online-Service an. Was machst du da? Ich zermal hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermalst Bohnen? Sag mal, bist du doch nicht völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha, danke. Da sind wir wieder zurück im Retro-Club. Heute kümmern wir uns weiter um N64 Games auf der Nintendo Switch. Wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen über die Unterschiede zwischen Palo und NTSC-Versionen gesprochen. Uns den speziellen Controller hier angeschaut. Wo ich gerade nochmal gecheckt habe, 49,99 ist die unverbindliche Preisempfehlung von dem Controller. Ich müsste den mal sinken. Da ist ein Bluetooth-Controller, da ist ein Switch-Bluetooth-Controller. Ich würde den mal, ich habe ja so Adapter, wo ich dann die an andere Systeme anschließen kann. Mal gucken, ob ich dann auch in Emulatoren und anderen Softwares mit dem hier spielen kann. Weil das wäre echt sinnvoll. Ihr könnt den, soweit ich sehen kann, nur über den MyNintendoStore bestellen. War lange Zeit nicht verfügbar, aber anscheinend. Also ich könnte den hier zum Warenkorb hinzufügen und ihr würdet für 50 Euro den Controller hier haben. Wenn ihr Multiplayer-Spiele machen wollt, so zu vier und so weiter. Also einmal kann man sich das wahrscheinlich überlegen, dafür einen Fuffi auszugeben. Aber dann gleich vier Controller für insgesamt 200 Euro zu holen, wird's ein bisschen schwieriger. Dann kriegen die anderen die restlichen Switch-Controller, mit denen man spielen möchte. So. Wir gehen gerne aufs Ingame. Gleich mal wieder drauf. Wie gesagt, wir haben uns gerade mal ein paar der klassischeren Games angeguckt. Von der Spieleauswahl her. Und ich werde jetzt einmal kurz auf die nordamerikanischen Version nur umschalten, damit das nicht so vorbei. Verpassen wir da was? Ne, wir verpassen nichts, weil hier nochmal ein spezieller Sonderfall drin ist. Aber so, dass wir den Überblick hier mehr haben können. Ihr seht viele der üblichen Verdächtigen hier. Wir hatten Mario 64, Pilotwings, Star Fox und so weiter und so fort. Zelda uns angeguckt. Zwischendurch aber mal sind ein paar Games drin und da hätte ich echt gern viel mehr davon gesehen. Wie zum Beispiel Jet Force, warten wir es? Das ist von den Jahres... Ah, da ist es hier. Jet Force Gemini. Hier mit dabei. Ein Third-Person-Shooter, den es auf dem N64 gegeben hat. Und hier seht ihr gleich, eine Ausnahme, da habt ihr es gesehen, Presented in Whitescreen. What? Auf dem N64, ja. Es gab tatsächlich auch Spiele auf dem Nintendo 64, die in Whitescreen gewesen sind. In 16 zu 9 oder hier auch gleich in 21 zu 9. Dieses Spiel auch von Rare gemacht, ein Third-Person-Shooter. Ähm, ich hab den auch mal, ähm, so dann nach langer Zeit ausprobiert und bin damals auf dem N64 nicht ganz so zurechtgekommen. Jetzt hab ich lange das Tutorial einmal gemacht, damit ich's dann halbwegs habe. Äh, die Sache ist es bei diesem Spiel, ähm, und ihr seht, es ist zwar 16 zu 9, aber es ist nochmal knapper. Es hat trotzdem Balken oben und unten. Ich würde fast 21 zu 9 dazu sagen. Ähm, ihr könnt das hier im Menü umstellen unter Whitescreen-Settings. Wenn wir Whitescreen dann ausmachen, haben wir das klassische 4 zu 3 Bild, ähm, dann auch voll ausgefüllt. Hier, entsprechend Rare haben drauf geachtet, wobei wir haben jetzt die N64-Version angemacht. Wenn wir Whitescreen anmachen, kriegen wir hier diese breite Ansicht und ich könnte mit den Buttons hier das Bild nochmal hoch und runter packen. Je nachdem, wo es ist, warum sie sich jetzt für dieses 21 zu 9 entschieden haben. Ähm, es scheint ja auch ein anamorphes Bild zu sein, würde ich jetzt sagen. Also, das ist die interne volle, wobei, nee, es ist nicht anamorph, sonst könnte ich nicht hoch und runter bewegen. Ähm, wahrscheinlich wird damit nochmal Rechenleistung eingespart, würde ich jetzt rechnen, weil dann muss die Konsole die oberen und unteren Bereiche nicht berechnen für euch hier, sondern nur die mittleren. Also, ja, haben Sie schon was dabei gedacht. Finde ich gut, dass der Emulator hier tatsächlich dann aber auch nicht trotzdem die Randbalken behält und dann noch ein gestauchteres Bild in der Mitte hat. Äh, ich lad mal den Speicherpunkt, weil dann sind wir schon da hier drin. Und ihr könnt tatsächlich hier in den ultra breit 16 zu 9 Settings rumlaufen. Äh, was mir zwischendurch aufgefallen ist, manche der Elemente hier sind, äh, trotzdem, ähm, ein bisschen zu breit. Ihr habt es an den Menüs gesehen, wenn wir hier reingehen. Diese Elemente, die haben sich nicht nochmal die Mühe gemacht. Hier schon, wenn wir in das Menü reingehen, aber zum Beispiel der Rand drumherum. Manche Sachen wurden einfach gestreckt auf das 16 zu 9. Ich denke mal, weil die sich gedacht haben, nicht zu viele Leute werden jetzt diese Option benutzen. Ich will mal kurz gucken, ob ich meine Steuerung hier umstellen kann. Unter die Options einmal rüber gehen. Sehr viele Settings Control Mode. Ich würde mal nicht auf den Expert Mode schalten, sondern kann ich das, äh, hier mit dem, nehmen wir mal Normal Control. Das macht es für mich ein kleines bisschen leichter. Aber es gibt viele verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Hier nochmal einen Third-Person-Shooter ohne zweiten Stick zu spielen. Wird dann auch relativ knifflig. Ähm, ich kann mit meinem Charakter hier herumlaufen. Hab die Möglichkeit zu springen, ähm, mich zu ducken und zu crawlen. Und, äh, ich kann mit dem Z-Button dann schießen. Diese Ameisen wegballern und, ey, also, holy shit, achtet mal da drauf. Die Ameisen hier, wenn ich sie wegballer, alter Verwalter, die zucken nicht nur, wenn sie auf dem Boden sind, sondern ich kann denen teilweise auch Körperteile abschießen. Es sind zwar nur Space-Ameisen, nur, in Anführungsstrichen, aber, äh, dennoch, ähm, kann ich, äh, dann richtig, äh, Gewalt und Action bei denen machen. Da oben, äh, okay, das wird jetzt knifflig, äh, mit dem Stick hier. So, hab mich doch erwischt. Äh, ich kann mit dem R-Button hier einen Zielmodus einschalten, der dann mit dem Analogstick nochmal bewegt werden soll. Und der Analogstick ist doch relativ empfindlich hier. Ich find's ein bisschen schwieriger, da mit uns zu gehen. Ähm, das sind, äh, nette Aliens, die ich hier einsammeln soll. Ich muss die bösen Aliens besiegen und die netten hier einsammeln. Und, ähm, wenn ich dann bei Gegnern bin, wie gesagt, die kann ich dann mit, äh, dem Z-Button hier komplett auseinandernehmen. Ich hab mich hier mal einen Arm weggeballert. So, was ist mit dir? Zack, 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 zack. So, aufpassen. So, Kopf weggesämmelt. Äh, wo bist du, wo bist du? So, auch weg. Das geht wahrscheinlich alles noch ein bisschen besser, aber ich bin hier nicht so gut trainiert. Äh, man muss eine gewisse Anzahl von Ameisen dann weghauen. Ich find's den Kopf einfach weggesäbelt. Äh, damit diese Türen dann hier aufgehen. Und, ähm, dieses Game schaut nicht schlecht aus für N64-Verhältnisse. Also, ich denk mal, wenn man sich vielleicht einmal an die Steuerung gewöhnt hat, kommt man hier auch ganz gut, äh, zurecht. Ich kann zum Unterschied mal hier von dem 16 zu 9 auf die 4 zu 3 Settings umschalten. Aber wenn man das einmal so gespielt hat, eines der wenigen Spiele, die man aus der Ära tatsächlich umschalten kann. Äh, Gott, Options war jetzt hier versteckt. Und Widescreen war da unten. Warum nicht das machen, ne? Das, ähm, das würde vielleicht auch mal sinnig sein für eine spezielle Retro-Club-Folge. So alte Spiele, die tatsächlich Widescreen-Settings haben. Ähm, da gibt's eine Handvoll. Auch sogar auf, ähm, Super Nintendo und Mega Drive. Da seht ihr ein bisschen so, ja, die Figur hat noch ihre klassische Aspect-Ratio. So die Menüs sehen vielleicht so ein bisschen anders. Also es wirkt jetzt fast schon ein bisschen zu hochkant für mich, wenn ich das hier so sehe. Die Übersicht war wahrscheinlich ein bisschen besser in 16 zu 9, oder? Ja, nichtsdestotrotz, auch bei 4 zu 3 habt ihr aber natürlich einen vernünftigen Bildausschnitt, den ihr hier wählen könnt. Ach, das wäre auch ein Spiel, was echt davon profitiert hätte, noch mal Filteroptionen und andere Sachen reinzutun. Kann ich das, kann ich das kaputt hauen? Ja, aufpassen, lieber nicht da ranlaufen. Zu den Ameisen hin. Und, ähm, ja, immerhin, hier ist, ähm, der Grund, warum das Spiel hier mit dabei ist, äh, Rare, die haben sich ja mit Nintendo vor längerer Zeit geeinigt. Ist ja schon seit vielen, vielen Jahren in Diensten von Microsoft dann das Entwicklerstudio aus, aus England. Aber, ähm, die sind ja jetzt nicht so verkracht, dass sie mit Nintendo dann gar nichts mehr anstellen. Wir haben Banjo-Kazooie hier drauf gesehen und dass Jet Force Gemini mit dabei ist. Ist ja auch eine nette Geschichte. Conker könnte meines Erachtens gerne noch mal dazu. Ähm, ich glaub, das hatten wir hier noch nicht auf dem Service gesehen. Ich weiß nicht, ob sich Nintendo noch traut, Conker so zu releasen. Doch, das Nintendo von heute schon. Ja, den ist auch mittlerweile egal auf der Switch, was da für Spiele mit Nackedeis und, äh, Ballereien da drauf sind. Da wird so was hier nicht so den großen Unterschied machen. Und hier muss ich Gizmo erst mal hier umdrehen. Äh, gut, sieht eher aus wie so eine Mischung zwischen Gizmo und einem Gremlin. Oder einem finalisierten Gremlin, nennen wir's mal so. Das sind die Guten übrigens, ja. Mit denen muss ich dann, die, die geben mir, rote Schlüssel und andere Sachen, die ich mitnehmen kann. Einmal, ja, Jet Force Gemini. Sehr interessant, dass es hier mit dabei ist. Anderes Spiel, was mir aufgefallen ist, Windbag. Sehr interessant. Mal nicht von, äh, Nintendo oder Rare, sondern Koei Tecmo. Produced by Omega Force. Logo kennt ihr wahrscheinlich aus den ganzen Dynasty Warrior-Spielen und den, äh, anderen Warrior-Spielen, die dafür rausgekommen sind. Das ist eigentlich so, die Domäne von Omega Force. Ähm, die haben zu N64-Seiten mit Windbag so ein, ja, ähm, Cover, Stealth-Action-Cover-Shooter. Mehr Covershooter als Stealth-Action aber gemacht. So ein bisschen für Fans von Battle Gear Solid gemischt mit Rainbow Six oder so, wie man's auch immer dann nennen mag. So, Agent, der dann Einheiten infiltriert. Hier seht ihr gerade das aufwendig gebaute Intro. Also, wenn ich so was in der Form hier sehe, muss ich immer an Hybrid Heaven auf dem N64 denken. Das hab ich, glaub ich, euch auch mal in der Retro-Club-Folge gezeigt. Und das ist eine sehr interessante Addition, weil ich würde gerne mehr Spiele von der Art hier auf dem Service sehen. Es ist sehr cool, dass hier die originalen Nintendo-Sachen drin haben, aber auch ein paar esoterischere Titel, die nicht so viele Leute kennen. Windbag ist eine gute Auswahl. Ähm, Hybrid Heaven hätte sich gelohnt. Mystical Ninja hätte ich gerne drauf gesehen. Äh, du hast sauviele Games, die du einfach mal hier auf diesen Service mit draufpacken kannst. Ich drück mal kurz auf Start und wir gehen mal auf die Story. Ich hab mich sehr lange an das Tutorial dran gesetzt, weil hier auch die Steuerung doch mal ein bisschen spezieller ist, ähm, wie man hier vernünftig zurechtkommt. Ach, ich hatte es damals echt schön auf dem Röhrenfernseher, das ist noch ein bisschen schöner ausgesehen als hier. Ähm, ihr seht hier schon in den Cutscenes haben wir, äh, die größeren Balken. Ich glaube, in-game sollte es gleich ein bisschen besser sein, oder sehen wir gleich mal. Äh, unser Charakter gehört der, äh, Geheimorganisation Skat an. Secret schießt mich tot. Bei der Namensgebung hätten die nochmal aufpassen sollen. Ähm, ja, wenn ich in Deckung bin, ähm, kann ich aus der Deckung rausgehen und, okay, was war schießen nochmal? Ich... Ja, was nicht? Das war nachladen. Jetzt ist er weggelaufen. Das war schießen, ne? So, komm. Och, du dumme Sao. Laden wir mal nach. Den haben wir immerhin erwischt. So, warte mal, aus der Deckung rausgehen. Es war so sehr viele Multifunktionen mit den Buttons. Hier in die Deckung rein. Hinknien. Ich kann so aus der Deckung rausgehen und dann zielen. Es gibt so einen Automatik-Lock-On noch mit dabei. Ähm, ja, ey, das sind so Spiele, die natürlich enorm von Doppel-Analog-Sticks profitiert haben. Aber dass man alleine zu N64-Zeiten dann so einen Covershooter basteln konnte, äh, ist schon sehr löblich. Und dass sie diese Spiele überhaupt hier mit, äh, reingetan haben. Also ich müsste mir das mal, ähm, ist auch ein angedachtes Thema für den Retro-Club mal, so Spiele im Metal-Gear-Styling, weil an Metal-Gear erinnert mich das zu einem guten Teil. Äh, da gibt's einige Games, die so ein bisschen in die Fußstapfen getreten sind, die vielleicht nicht viele Leute dann so kennen. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr was mal von Spy-Fiction auf der PS2 gehört habt, ähm, was vielleicht einer der dreistesten Metal-Gear-Clones ist, die ich je gesehen habe. Wobei kein schlechtes Spiel, aber schon, ähm, recht abgeschaut. So, oh, oh, nicht die Kiste, nicht die Kiste. So, wieder zurück, wieder zurück, vorsichtig, bevor die ballern. Weil die befinden sich jetzt hier. Okay, das ist auch das falsche hier, weil ich will gleich, will euch gleich was Cooles zeigen. So, ich drehe mich hier um. Die stehen alle an so einer Kiste, da in der Mitte. Wenn ich hier rübergehe und die Kiste anziehe, oh, wieder den Nachladen-Button gedrückt, natürlich, ist klar. Eine Explosionskiste war das. Haha, und jetzt habe ich die mit einem Rutsch hier erwischt. Also, sehr cool, dass sie sich tatsächlich auch, ähm, dazu durchgerungen haben, solche Games zu machen. Okay, so gehe ich aus der Deckung raus. Ey, diese Steuerung, wenn du 500 verschiedene Steuerungen dir drauf schaffen musst für all die Spiele, das wird irgendwann mal arg komplex unkompliziert. So, leh dich ran, druck dich, äh, ich muss aufstehen. Ich glaube, ich habe beide erwischt. Na, den noch nicht. Der läuft aber auch ein bisschen beschissen, der Typ da drüben, ne? Das ist, das ist kein, kein gutes, gutes, taktisches. Der läuft schnell genug, dass ich ihn trotzdem mit dem Auto lockern nicht erwische. Apropos Auto lockern, lasst uns einfach mal das Auto hier benutzen als Cover, weil der Typ da oben einmal nachladen, der macht das, glaube ich, nicht so cool, denn Oh Gott! Meine einzige Schwäche, Kugeln von unten haben mich hier erwischt. So, ähm, ich konnte Nahkampf machen. Ich glaube, da steht ein Gegner hier drin. Wie kann ich mit Nahkampf draufhauen? Das ist, glaube ich, A in der Nähe. Probier's mal. Gleich. Ach, kriegst du einen Shotgun in den Rücken? Auf jeden Fall, irgendwie konnte ich ihn nochmal eine drüber ziehen, damit er umfällt. Aber eine Shotgun in den Rücken geht auch. Waffen wechseln kann ich natürlich auch. Shotgun oder Maschinenpistolen, Maschinenpistolen, die haben dann aber nicht unendlich Munition. Wie die Standardwaffe, uh, Shotgun ins dein Gesicht. So. Ah, und hier sind wir beim nächsten Part. Oh Gott, jetzt geht's hier. Boah. Jetzt bin ich super breit aus der Deckung rausgegangen. Oh, und da sehen wir, da haben wir tatsächlich, mal einmal hier, wo wollen wir, wollen wir in die Deckung gehen. Hier ist, äh, eine Falle aufgebaut. Das war nicht besonders clever, weil, ich kann hier schon sehen, äh, dass ich hier, ich durchkomme, ich konnte mich ducken und, und drunter krabbeln, glaube ich. Nicht nur diesen Crouch-Bog hier machen, sondern noch weiter drunter. Was war die Funktion dafür? War das mit den C-Buttons? Ne, hier oben wechsle ich. Hier gehe ich runter. Das ist eine Rolle. Kommen wir mit der Rolle da durch? Wahrscheinlich nicht. Was passiert? Eine Lasertrap. Oh, ich bin gleich fertig. Ach, okay. Ich kann mir das andere auch sparen, denn rein zufälligerweise ist, äh, der entsprechende Button hier nochmal da und lassen wir einfach mal drauf schießen. Oh, ein Glück gehabt. Das haben sie nun davon, dass sie die Dinger so weit hingepackt haben. Oh Gott. Oh, das war nicht so gut von mir. Halbe Energie weg. Einer ist da noch, ne? Und dazu diese Waka-Chika-Musik im Hintergrund auch nochmal. Was brennt denn da? So, wo ist der? Wo ist der Letzte? Da ist er. Okay. Drei Shotgun-Shots haben wir noch. Komm aus der Deckung raus, mein Freund. Meine Energie sieht aber nicht besonders geil aus. Ui! Deck dich. Ein Shot nur noch und dann war's das. Shotgun-Shots immerhin. Wow! Mein Freund. Deck dich. Deck dich. Kannst du dich da decken? Nee, kannst du nicht. Dann deck dich mal hier. Oh nein! Ich wurde gedeckt. Statt zu decken. Operation Windback aborted. Abgebrochen! Du warst leider nicht gut genug dafür. Ja, wir wechseln mal auf ein anderes Spiel. Aber sehr cool, dass sie auch sowas hier mit verbaut haben. Bei den sonstigen Neuerungen hält sich so ein bisschen in Grenzen. Also, es sind ein paar unbekannterer N64-Spiele dabei. Excitebike 64. Das Spiel hat nochmal eine besondere Relevanz. Denn dieses Game hat zwei Features unterstützt vom N64, die wir bei anderen Spielen so nicht gesehen haben. Nämlich das Expansion-Pack. Das war eines der Spiele, mit denen du mit der Expansion-Pack dann Zusatzfunktionen freischalten könntest. Eine höhere Auflösung werden wir gleich sehen. Aber auch, ihr seht hier diese Anzeige, no suitable Controller-Packs were found. Also, es gab etliche Nintendo-Spiele, die konntet ihr dann auch hier oben in diesen Slot reinpacken. Die haben die entsprechenden Memory-Packs oder wie auch immer dann gebraucht, Memory-Cards. Also, wo ihr auf speziellen Karten dann abspeichern musstet. Und diese Funktion scheint gar nicht vorhanden zu sein hier. Also, ihr seid zwar nicht aufgeschmissen, denn man hat jederzeit die Gelegenheit, hier auch immer noch Speicherpunkte zu erstellen, um so auf diese Art abzuspeichern. Aber Spiele wie Excitebike 64, die das unterstützt haben, die, du kannst nicht klassisch damit absaven. Wenn wir noch mal kurz bei den Optionen hier schauen. Ich glaube, das kann man hier, da, Controller-Pack wurde es genannt. Genau, Expansion-Pack war das mit dem mehr Arbeitsspeicher. Controller-Pack hieß es dann, um die Memory-Card um es abzusperren. Und no controller-pack detected. Ihr habt auch nicht die Möglichkeit, hier über das Menü irgendwie so ein virtuelles Controller-Pack einzustellen. Aber das wäre zumindest noch, in-game-safe wäre ganz nett gewesen für sowas hier in Nintendo, dass ihr sowas hier nicht mit dabei gepackt habt. Oder zumindest konnte ich die Option hier nicht sehen. Bisschen merkwürdig. Dadurch, dass wir das Expansion-Pack aber drin haben für die, für die mehr Arbeitsspeicher, gibt es hier den sogenannten Hi-Res-Modus, den wir zuschalten können. Ich lasse den da mal kurz aus und wir fahren mal eine Runde. Excitebike 64, kein besonders tolles Spiel, muss man sagen. Also ich mochte das Original auf dem NES eigentlich ganz gerne, aber hier hat man sich dann gedacht, wie kann man es denn mit so 3D-Grafik nochmal besser umsetzen oder besser für moderne Verhältnisse damals. Ich nehme mal hier kurz Jumping Jim Rivers als Charakter, mit dem ich hier rumfahren kann. Und ihr seht so, bei 4 zu 3 einigermaßen großen Bildsausschnitt. Das ist nicht der Hi-Res-Modus, sondern der Standard-Modus. Wir heizen einmal dran. Wir haben verschiedene Perspektiven, die wir wählen können. Ich nehme mal ein bisschen die weitere. Inklusive einem Sprecher, der ordentlich hier heranzimmert. Was ich ganz lustig fand, ist es, so, wo ist es? Welch? Da ist der? Okay, hier können wir schon ein bisschen sehen. Ihr könnt auch auf die Rückansicht schalten und achtet mal auf die Augen des Fahrers. Ich gehe, wenn ich gleich mal um die Kurve drumherum bin, kann man es hier so am besten sehen. So, Alter, diese Augen, sie starren in meine Seele. Sie wollen bei mir reinschauen. Oh, aber dann soll ich es nicht zu sehr überbeanspruchen. Bin ich leider nur auf dem vierten Platz. Machen wir die Kamera mal wieder ein bisschen weiter. Also, schlecht, schlecht ist es jetzt nicht. Aber es war jetzt nichts hier mit dabei, was mich so groß dann überzeugt hat. Wie viele Runden habe ich? Ich glaube, drei habe ich noch. Ich muss mal ein bisschen besser abbremsen. Hier, es ist ein bisschen schwierig, die Bikes hier zu kontrollieren. Auf späteren Strecken wird es tatsächlich nochmal ein bisschen anstrengender, weil man dann auch achten muss, vernünftig über die Hubbel hier rüber zu kommen. So, also, falls dann, wenn es dann noch mehr Runden als die jetzt hier gibt, werde ich aber trotzdem mal ausmachen und euch den Hi-Res-Modus mal zeigen, weil wir brauchen hier nicht zu viele Runden von Excitebike. Na, wo ist das Ziel immer noch nicht angekommen? Drei Runden. Finish. So. New Lab Record, aber trotzdem nur dritter Platz für Jumping Jim Rivers hat es dazu gereicht. Wir gehen mal weiter. Ähm, der Hi-Res-Modus hier. Interessant. Gehen wir einmal auf OK. Und weiter. Main Menu. Der, ähm, auf den ersten Blick denkst du, ist da jetzt was passiert oder nichts? Aber, wenn man in ein Spiel reingeht, sieht man da den Unterschied. Ähm, es gab eine Handvoll Games, die das Expansion-Pack vorausgesetzt haben. Du musstest es drin haben, um die zu spielen, wie Majora's Mask, was wir hier auch drauf haben. Wir nehmen mal die gleiche Strecke, damit wir da den Unterschied sehen können. Aber wie Majora's Mask, bei anderen Spielen war es eben so eine optionale Sache, wie hier, dass man intern höhere Auflösung und andere Sachen zuschalten kann. Und diese Option ist hier drin. Das sieht aber im Fall von, ähm, dann nehmen wir noch mal Jumping Jim Rivers. Da sehen wir, wie er in Hi-Res jetzt hier ausschaut. Ähm, hier, äh, seht ihr es aber gleich bei der Strecke. Oh, es ist quasi ein Widescreen-Modus geworden, aber nicht klassisch Widescreen, sondern das Problem, was ich ein bisschen bei Jet Force Gemini angesprochen habe. Der Trauerrand an der Seite bleibt da, die 4 zu 3 Balken, aber jetzt wurde das, äh, Bild eingequetscht, damit es intern mit ein paar Pixeln mehr dann läuft, ähm, ähm, aber dass sich die, äh, Konsole nicht überanstrengt. Und irgendwie fahre ich gleich schlechter in dem Hi-Res-Modus. Äh, es ist eventuell nett, äh, von wegen, dass hier mehr Blickfeld in der Breite habe. Ich hab eher den Eindruck, ähm, das Bild sieht tatsächlich beschnitten aus. Hier also so richtig beschnitten in Hi-Res, von wegen, dass ich weniger oben und unten sehen kann. Und bei so einem Motocross-Spiel, wo ich tatsächlich auch mal, was weiß ich, richtig in der Luft bin und da schauen muss, was mit den, ähm, Landungen ist und wie ich zu den verschiedenen Absprungrampen komme. Also irgendwie der Hi-Res-Modus ergibt für mich hier nicht so viel Sinn. Ich hätte ja noch Turok gezeigt, aber das ist leider nicht auf dem Service drauf, weil Turok hatte im zweiten Teil auch so einen Hi-Res-Modus dran, den man zuschalten kann. Turok allgemein wäre eine gute Idee, dass sie es hier mal mit drauf tun. Warum ist das nicht dabei in Nintendo? Das war doch eine, euer, euer, na gut, nicht eine Nintendo-eigene Marke, aber trotzdem eines der favorisierten Spiele damals auf der Konsole. Aber ja, ist das schon ein Finish? Egal, komm, wir machen Quits oder wir gehen ganz raus, weil viel mehr müssen wir von Excitebike hier nicht unbedingt sehen. Immerhin haben sie es hier auch nochmal mit drauf getan, leider eben ohne die Controller-Pack- Unterstützung. Interessantes Ding, hier sehen wir zwar ein US-Cover, aber das gab es in der Form nicht, das hatte ich auch in anderen Formaten schon mal gezeigt. Sin and Punishment, eins der wenigen Japan-exklusiven Spiele von Treasure, damals gemacht, ein Kult-Klassiker in der Form, dass es echt vielen Sachen Rail-Shootern inspiriert hat. Wir werden gleich ins Ingame draufgehen. Ihr seht die japanischen Untertitel, das war vom Game her, ich glaube deswegen hat es Nintendo auch hier drauf getan, das ist eigentlich komplett in Englisch, also ihr könnt es auch komplett spielen mit englischer Sprachausgabe und so weiter. Allerdings diese japanischen Untertitel, weil es auch so an den englischen oder amerikanischen Actionfilme einern soll, war für die Japaner mit reingetan worden. Die haben sich gedacht, hey, wenn wir eh nichts lokalisieren müssen abseits davon, dann ist es egal, dass da auch ein bisschen japanische Schriftzeichen sind, lasst uns das mal mit draufbauen. Es ist also ein japanisches Spiel, was wir hier mit drauf haben und ich lade mal, nehmen wir mal den zweiten Speicherplatz, nehmen wir den mal hier kurz. Dieses Game ist ein Rail-Shooter, wo man auch noch laufen kann, parallel gab es auch ein Sequel für die Nintendo Wii mal. Das haben wir auch im Jugendzimmer, meine ich, dann so kurz gezeigt. Inszenatorisch ist es echt krass für Nintendo 64, hier hört die Sprachausgabe im Hintergrund. Ich würde gerne mal ein bisschen lauter machen, Regie, falls sie noch lange reden. Okay, also da hat man es gehört, dass da ein bisschen so Sprachausgabe hier mit drin gewesen ist und so, jetzt muss mich erstmal dran, oh Gott, ja, jetzt komme ich schon durcheinander, weil die Steuerung hier ist echt speziell und hier hilft es enorm übrigens, das richtige N64-Pad hier mit beizuhaben. also ich bewege mit dem Analogstick nur den, das Steuerkreuz sozusagen hier. Also ich habe hier quasi das Steuerkreuz, was ich bewegen kann, wo ich aber nach links und rechts laufe gerade, sind die C-Buttons. Ja, das heißt also, ich kann mit dem C-Buttons hier nach links und rechts laufen, ich kann sogar Rollen machen zur Seite und muss mich also hauptsächlich darauf konzentrieren, Rail-Shooter-mäßig die Gegner hier wegzuhauen, aber auch Schüssen aus dem Weg zu gehen. Wenn ich auf den R-Button drücke, kann ich zusätzlich noch springen. Da muss ich echt mal aufpassen, die Gegner hier wegzuhauen. Das ist ein richtiges Action-Spektakel, A64-Verhältnis, also sowas in der Form. Ah, jetzt hat mich der hier erwischt. Aufpassen dabei. Bei manchen Gegnern gibt es auch ein bisschen Auto-Log-On, wenn sich das dann so dran heftet. Das ist ganz praktisch. Oh, Danger, da lieber aus dem Weg rausgehen. Und hier haben wir schon mal einen Boss. So, Gegner hinterher. Ja, genau, ich muss mal aufpassen, dass ich hier mich nicht erwischen lasse. Es ist echt eine separate Denkleistung, die man hier sich nochmal holen muss. Okay, jetzt habe ich den Locker bei dem hier gemacht. Jetzt kann ich mich eher aufs Ausweichen konzentrieren. Ist ein tolles Game. Man muss sehr viel überlegen bei dem Spiel. Also man muss echt Intus haben, die Stauern, damit man nicht durcheinander kommt. und echt, da hilft das N64-Pad hier wirklich, weil ich hier die richtigen Tasten habe, die ich anlegen kann. Habt ihr aber tatsächlich viel besser geschafft, als ich dachte. So, jetzt kommt noch ein zweiter Charakter bei uns hier dazu. Oh, oh. Müssen wir hier rechtzeitig nochmal drum herum gehen. Hatte ich mir damals, also weil Importe auf dem N64 waren eben ein bisschen schwieriger, von wegen mit so richtig Importe-Adapter, die allgemein funktioniert haben, gab es nicht und Umbauten waren, meine ich auch nicht so wirklich gang und gäbe oder zumindest nichts, was so super verlässlich war. Da musstest du dir lieber ein richtiges NTSC N64 holen. Also habe ich auch erst mit dem We-Download vernünftig kennengelernt. Aber das ist echt eine coole Addition, dass wir so ein Game hier nochmal mit dabei haben. Und inszenatorisch ist das wirklich schon ganz geil. Lass mal wieder lauter machen, ich glaube, die labern jetzt gleich wieder. Oder? Was passiert da? Gerade nochmal den Gegner mit dem riesigen Raumschiff erwischt und jetzt wäre natürlich, jetzt muss ich mich drumherum kümmern. So ein bisschen die Seitenperspektive sehen wir jetzt hier. Aber bevor wir jetzt hier zu langen, ich mache mir einfach meinen Speicherpunkt, damit ich hier dann weitermachen kann, wenn denn nötig, könnt ihr natürlich bei Gelegenheit selber gerne ausprobieren. Ansonsten, ja, ey, ihr habt sehr viele Classic Nintendo Games hier mit dabei. GoldenEye haben sie auch nochmal dann rausgebracht, nachdem die Downloads für die anderen Plattformen rausgekommen sind. Hier hilft es übrigens auch enorm. Wir gehen mal fortfahren. Ich glaube, hier kann ich den Standard-Safe laden, weil das Modul-Safe dann hatte. Hier hilft es auch enorm, den N64-Controller zu haben, weil ansonsten muss man das auf andere Controller, es spielt sich nicht wie ein klassischer Twin-Stick-Shooter, man muss da sehr viel mit eigenen Einstellungen arbeiten. Mit dem normalen N64-Controller läuft schon einen Tacken besser und flutscht ein bisschen mehr. Hier muss ich mich tatsächlich auch nochmal aber weiter an den Analog-Stick gewöhnen, vom N64, weil der ein bisschen anders funktioniert. Ich habe das in anderen Fassungen dann vor einiger Zeit dann nochmal durchgespielt. Könnt ihr es ja mittlerweile wie gesagt auch auf anderen Plattformen haben. Ne, wechseln wollte ich nicht. Schießen war auf Z natürlich. Gib mal wieder die Waffe. Tür aufmachen. Gegner auf der Toilette, da. Ich küsse hier schön den Dreier hinterher. Da ist noch einer. Du musst hier auch dran denken, strafen mit den Z-Buttons natürlich. Aber funktioniert so wie man es kennt und so wie man es gerne hat. Oh, wo bist du? Oh, es ist noch einer auf der Toilette. Auch nochmal hinterher. Oh. Pick some ammo. So, ist da noch einer? Auf der Toilette. Immer noch ein sehr spaßiges Spiel, was ihr hier natürlich auch dann den Multiplayer spielen könntet, wenn ihr denn eben vier Controller hättet. Mittlerweile ja schon seit einigen Jährchen vom Index runter. Ihr seht hier, es ist ein sehr heftiges Spiel. Kann man verstehen, dass es auf dem Index gewesen ist seit lange, für lange, lange Zeit. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, dass man es sich auch ruhigen Gewissens angucken kann. Und ich hau mal hier die Erlenmaierkolben kaputt. Geht das? Ah! Du, wer hat mir deinen Rücken geschossen? Ah. Ich will nur den Kolben kaputt hauen. Da! Das ist doch schön. Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann hier dafür, ähm, ja, warte mal, ich geh zur Spieleauswahl zurück, dann können wir das dann hier beenden. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr hier und da über die einzelnen Spiele da was machen, aber ich hoffe, dass der Überblick für euch gut genug erstmal war von den N64-Spielen hier auf der Nintendo Switch. Ähm, lohnt es sich, das Erweiterungspaket sich dafür zu? Ihr habt gesehen, der Jahrespreis sind 40 Euro, dafür nur für die N64-Spiele, also ihr solltet wahrscheinlich auch nochmal die Ausgaben für den N64-Controller nochmal dazu rechnen, weil ich finde, der ist schon recht wichtig für das Gesamterlebnis. Hier, ihr könnt's natürlich auch mit dem Pro-Controller benutzen, aber alleine, weil der schon Rumble eingebaut hat, weil er sich wieder originalgetreu und frisch anfühlt und weil man den wahrscheinlich auch auf andere Zwecke nochmal wieder verwerten kann, ist es schon eine Ausgabe, dann habt ihr schon an die 90 bis 100 Euro ausgegeben und seid dann hauptsächlich mit Spielen hier beschäftigt, die ihr im besten Fall schon häufig gespielt habt, die ihr schon kennt. Man kann nichts gegen Mario 64 oder Zelda Ocarina of Time sagen, sind natürlich absolute All-Time-Classics, ganz zu schweigen von den Mario-Sport-Spielen, von den Mario-Party-Games, Paper Mario ist hier dabei, eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten, aber so in der Breite gesehen, sowas wie Winback ist wirklich eine Ausnahme, also Sachen, die nicht Nintendo-nah sind, sind momentan nicht drin. Nintendo erweitert nach und nach das Spiele-Portfolio und natürlich mit dem Erweiterungspaket bekommt ihr auch Game Boy Advance und Mega Drive-Spiele mit hinzu. Für Mega Drive gibt es ja auch den separaten Controller, den man sich holen kann, vielleicht gibt es da so ein bisschen den Mehrwert. Ich würde für mein Fazit sagen, für Fans, sagen wir mal. Schlecht ist es nicht, gut, dass hier auch die verschiedene Länder-Versionen anbieten, mehr Optionen wären immer geiler gewesen, aber das Wichtige sind die Games und davon gibt es noch nicht genug, meines Erachtens. Eure Meinung zu dem N64-Service auf den Nintendo Switch? Schreibt ihn unten in die Comments mit rein, welche Spiele würdet ihr gerne hier nochmal sehen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Supporter uns gerne im Supporters-Club. Das macht es uns möglich, solche Formate wie die hier und viele andere umzusetzen. Wir sagen extra Danke an die Leute, die das in der Vergangenheit bisher gemacht haben und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen, schaut wieder vorbei im Retro-Club mit noch mehr Retro-Gaming-Action und seid gespannt darauf, was wir demnächst hier machen. Bis dahin sage ich aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.